In Oberstdorf gewonnen, sein 6. Weltcup-Sieg. Der Mann, der hat ein unglaubliches Potenzial. Er hat es noch nicht ausgeschöpft. Trotz des Sieges bei der Vierschanzentournee. Diese Saison zumindest nicht. Jetzt hat er oben immer so einen kleinen Skischlag drin, aber 126,5 Meter. Also da kommt er etwas schief raus und dann haut es in den Ski so ein bisschen vor den Körper. Aber hier unten, das macht er richtig stark. So weit wie David Zauner in der Wertungsqualifikation.